Ich wollte mal Bestatterin werden. Das fand ich ganz cool. Nee, das ist jetzt ernst gemeint. Ich fand das schon immer interessant, Bestatterin. Also wenn ich nichts mit Musik machen würde, dann würde ich, glaube ich, mich in dem Bereich mal informieren. Ich weiß nicht. Ich finde, das ist so eine Art Ehre, wenn man den letzten Moment von jemandem so vorbereiten darf. Diese Trauerfeier und sowas. Ich finde, dass es so was Ehrenvolles ist, wenn einem jemand so anvertraut wird. Ich kriege immer Bauchschmerzen und ich fange an zu zittern. Ich muss dann immer rumspringen und mich irgendwie bewegen. Ich kann generell nicht still sitzen für eine Zeit lang. Dann kann ich erst recht nicht mehr stillstehen. Dann muss ich mich immer bewegen und mich immer so ein bisschen ablenken. Es ist erst mal eine Riesenehre, dass Deutschland mich auserwählt hat, nach Stockholm zu fahren. Ich lasse das alles so ein bisschen auf mich zukommen. Ich hoffe einfach, dass es eine coole Erfahrung wird und dass ich viel Spaß habe. Ich versuche jetzt nicht irgendwie, du musst jetzt mindestens den dritten Platz erreichen, sondern mal gucken, was kommt und einfach wie immer mein Bestes geben. Dann lasse ich mich überraschen. Ich finde dieses Prinzip so geil, dass die Länder jemanden wählen und da hinstellen, okay, du repräsentierst uns jetzt. Du zeigst jetzt, wer wir sind im Grunde. Und dass man da so auswählen kann, wen man dann am besten findet. Und das ist ja auch so aufwendig gemacht. Und die lassen sich immer so viel einfallen und das finde ich total cool. Und ja, einfach, das ist halt ein riesen Wettbewerb und für viele Musiker eine große Chance. Ich glaube, mein verrücktes Wunsch ist einfach so ein bisschen, ja, viel zu erleben in meinem Leben, was so Adrenalin und sowas angeht. Ich möchte unbedingt mal Fallschirmspringen. Ich möchte unbedingt mal Bungee Jumping machen. Ich liebe Achterbahnen und ich möchte so ganz viel um die Welt kommen, um genau solche Dinge an den verschiedensten Orten auszuprobieren. Ja. Ich hasse Kochen. Ich kann nicht kochen. Ich hasse Kochen. Ich lasse es lieber für mich kochen. Es ist eigentlich eher, wenn wir kochen, also meine Freunde und ich, dann ist es eher Fertigproduktkauf in Mikrowelle und dann essen. Und ja, keine Ahnung, irgendwie so eine Fertigsauce drauf oder so. Und zu Hause, da kocht da meistens ja meine Mutter für mich. In meinem Bett zu liegen und zu schlafen. Das ist so das Entspannteste, was man tun kann, glaube ich. Ansonsten, ja weiß nicht, Filme gucken und dabei was essen. Oder ja, ich weiß nicht, ich liebe es, Kinderfilme zu gucken, so Disney-Filme. Und sowas. Lieb ich total zu gucken und dabei irgendwie Chips zu essen oder so. Und in der Decke eingekuscheln und einfach so zu wissen, okay, du hast heute nichts zu tun und du entspannst dich jetzt einfach. Das ist so total entspannt. Alles. Ich bin voll die Heususe. Ich fang bei allem an zu weinen. Ich fang an zu weinen. Das ist das Schlimmste, wobei ich mal angefangen habe zu weinen war. Da bin ich in die Straßenbahn eingestiegen und dann hat da so eine alte Omi die Bahn verpasst, weil sie da mit dem Stock ankam. Und das tat mir so leid, dass ich angefangen habe zu weinen. Ich hasse Clowns. Ich hasse Clowns. Also nicht so die Clowns, die auf gruselig gemacht sind, sondern normal aussehende Clowns. So zum Beispiel so Horrorfilme jetzt wie zum Beispiel S von Stephen King. Da habe ich keine Angst vor. Oder halt, ja weiß ich nicht, auf Plakaten, wenn da jetzt irgendwelche Clowns zu sehen sind mit spitzen Zehen oder sowas. Da habe ich eigentlich nicht so die Angst vor, sondern eher vor so normal aussehenden. Ich finde das so gruselig, weil die sind geschminkt und weiß nicht, wer dahinter steckt. Und die sollen eins zum Lachen bringen. Das finde ich so komisch. Also es ist so, und kennst du diese Clowns mit so breiten Hüften? Da liegt locker so ein Kind drin oder so. Also vor Clowns habe ich so, ne, geht nicht. Ich hasse Clowns. Oh mein Gott. Ich würde sagen irgendwie meinen PC oder Laptop, was richtig Geiles zu essen. Und mein Bett, ja. Was ich richtig hasse ist, wenn ich mich fertig mache und dann aus dem Haus gehe und meine Haare so richtig toll aussehen und ich brauche immer ganz viel Haarspray bei meinen Haaren. Und dann kommt so Wind von vorne und dann merke ich nur, wie meine kompletten Haare so voll durcheinander wehnen. Da könnte ich richtig ausrasten. Da könnte ich richtig so alles durch die Gegend werfen. Das ist so was, was mich richtig aufregt. Ja. Ich glaube, wenn ich mir eine super Kraft auswählen könnte für einen Tag, wäre es Fliegen, glaube ich. Also ich bin so ein bisschen bei der Wahl zwischen unsichtbar sein und Fliegen. Aber ich glaube, Fliegen fände ich cooler. Ja. Wenn ich ins Badezimmer gehe, um mich fertig zu machen, lege ich immer einen Föhn auf den Boden und mache ihn an, weil dieses Geräusch so entspannend ist. Und was ich auch immer mache, egal was ich im Badezimmer mache, ist immer abschließen und Handtuch über die Tür klinke, weil ich mich sonst voll beobachtet fühle. Ich glaube, meine Freunde finden an mir gut, dass ich gerade herausrede und jetzt nicht irgendwie ein Blatt vor den Mund nehme. Es kommt natürlich auch immer darauf an, welche Situation ich bin. aber jetzt so privat bin ich immer so ein bisschen auf große Klappe. Und ich glaube, das finden die ganz lustig und viele sagen, dass ich witzig bin. Aber das will ich selber irgendwie nicht so beurteilen. Und ja, ich glaube, man kann mit mir einfach viel machen, auch viel spontan einfach erleben. Und ja, genau. Ich kann gar nicht genau sagen, wer. Ja, ich würde gerne jemand, irgendein Wissenschaftler oder so sein, um mal zu erleben, wie das ist, so schlau zu sein, wo ich weit von entfernt bin. Ja. Ja.